Ein Update zu dem Konos Superwerk, Fairytale erhält zwei weitere Spin-Off-Mangas und das Attack on Titan Spin-Off Before the Fall betrifft nun den finalen Arc. Hallo, ich bin der Niki und das alles und noch mehr erfahrt ihr in unserem heutigen Newscast. Zwölf Jahre ist es nun mittlerweile her, als die letzte Folge von Detektiv Conan ins Deutsch übersetzt wurde. Nun aber kann man sich im FreeTV wieder auf die Rückkehr freuen, denn ProSiebenMax gab bekannt, dass die Synchronarbeiten an neuen Folgen der Serie bereits aufgenommen wurden. So soll auch am 22. Oktober die 334. Folge ihre deutsche Erstausstrahlung feiern. Bereits vor einiger Zeit kündigte Hiro Mashima die Arbeit an zwei neuen Fairytale Spin-Off-Mangas an. Nun enthüllte er, dass das erste dieser Werke den Titel Fairytale City Hero trägt und im kommenden Herbst startet. Auch Karlo Zen, der Schöpfer von Saga of Tanja the Evil arbeitet derzeit an einem neuen Werk. Dieses trägt den Titel bei Koko Kikan. Die Ankündigung wann es startet kam relativ zeitnah zum Release. Immerhin ist dieser gestern schon herausgekommen. Während wir uns aber auf diese neuen Mangas freuen können, neigt sich Attack on Titan Before the Fall langsam dem Ende zu. So soll der Manga bereits in der kommenden Juli Ausgabe die finale Arc betreten. Nun kommen wir schnell auch zu unseren Neuerscheinungen, denn mit beinahe einem Dutzend haben wir gleich einiges, worauf ihr euch freuen könnt. Den Anfang macht Saiko Kuso no Psinan. Die zweite Staffel erschien erst kürzlich im Winter und nun wurde auch schon eine weitere Fortsetzung angeteasert. Weitere Informationen bleiben doch zunächst noch abzuwarten. Genaueres wissen wir dafür aber über den Boys Love Manga Dakaretai Otoko Ichini Odosarete Imasu. Diese sollen nämlich eine Umsetzung als TV-Anime erhalten, welche im kommenden Oktober ausgestrahlt wird. Zusätzlich zu dieser Ankündigung wurden ein Visual und Ankündigungsvideo veröffentlicht. Bleiben wir auch gleich beim Thema mit Yari-Chin Bichbu. Dieser Boys Love Manga soll ebenfalls eine Anime-Adaption erhalten. Allerdings nur in der Form einer OED, die erste Episode erscheint dann auch am 21. September in einer limitierten Auflage des dritten Manga-Bandes. Vor einiger Zeit gab es eine Ankündigung, dass man an einem neuen Konosuba-Werk arbeite. Dieses entpuppt sich nun als Anime-Film, welcher beim JC-Stuff entsteht. Mit dieser Bekanntgabe wurde auch ein erstes Visual veröffentlicht. Weitere Informationen bleiben aber noch abzuwarten. Auch der Manga-Oshiga Budokan Itikuretara Shino erhält eine Anime-Umsetzung. Während weitere Informationen derzeit noch abzuwarten bleiben, kann man sich aber doch schon auf einen weiteren Idol-Comedy-Anime freuen. Erst im Frühling erschien die erste Staffel von Golden Kamui als Anime-Adaption und nun wurde bereits bekannt gegeben, dass das Historienwerk eine Fortsetzung in Form einer zweiten Staffel erhalten wird. Diese soll dann auch schon im kommenden Oktober erscheinen. Fans von Jojo's Bizarre Adventure wird es mit Sicherheit auch freuen zu hören, dass der fünfte Part ein TV-Anime erhält. Diese soll auch im kommenden Oktober erscheinen und gleich dazu veröffentlichte man auch ein erstes Visual. Ebenfalls erhält der Supernatural-Comedy-Anime Fukigen no Mono no Kean eine zweite Staffel. Wann diese erscheinen soll, ist zwar noch unklar, aber erste Produktionsmitglieder und wiederkehrende Synchronsprecher wurden bereits bekannt gegeben. Dafür soll aber zumindest die Anime-Umsetzung des Fantasy-Comedy-Mangas Jingai-san no Yome bereits in diesem Jahr erscheinen. Erste Synchronsprecher mitsamt ihrer Rollen wurden dabei auch schon veröffentlicht. Zu guter Letzt kommen wir auch noch zu Mayonaka no Occult Komoin. Der Fantasy-Manga über Okkultismus soll ein TV-Anime erhalten. Die Schöpferin zeichnete zu Ehren der Ankündigung eine Illustration. Allerdings bleiben hier auch weitere Informationen noch abzuwarten. Das war's mit den Neuerscheinungen, kommen wir dann auch noch schnell zu den Veröffentlichungen. Hier veröffentlicht Kaze nämlich den Anime-Film zu Black Butler, welcher den Titel Book of the Atlantic trägt. Diese soll ab 28. September auf Blu-Ray und DVD erhältlich sein und wird im Digi-Pack mit Shuba veröffentlicht. Vor einiger Zeit hatte sich Peppermint die Vertriebsrechte an Fate's Day Night Heavens vielgesichert und nun wurden auf Amazon erste Informationen zum deutschen Disc-Release enthüllt. Somit erscheint der erste Film am 26. Oktober als Standardedition auf DVD und Blu-Ray. Eine Limited Edition dagegen gibt es nur als Blu-Ray, bei welcher der Soundtrack und ein Artbook beiliegen werden. Kommen wir zu guter Letzt zu der einen Messe, die in naher Zukunft ansteht. Das wäre nämlich die Franco Bamberg in Bayern und diese läuft vom 14. bis zum 15. Juli. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart und wenn euch der Newscast gefallen hat, hinterlasst uns doch einen Kommentar und vielleicht einen Daumen nach oben. Und wie immer gilt, wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden wollt, könnt ihr uns auch gleich abonnieren. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle und man sieht sich hoffentlich auch beim nächsten Mal.